So, hallo! Die hat jetzt schon wieder vorgequatscht hier. Panzermodus aktivieren, okay? Oh, ich wollte auf meine Schweinzasse brechen. Hatschi ist heiß! In der nächsten Pause muss ich meine Schweine füttern. Erinnere mich mal bitte dran. Gefahr, Gefahr, Gefahr. Maximal Panzerung. Die will ich haben. Kenn ich schon von Anfang. So, müssen wir hier langen. Denk mal hier, oder? Ja, logisch. Hallo? An alle Einheiten hier Sparkly. Volle Evakuierung vom Terminal aus beginnt in 30 Minuten. Die Züge werden nicht warten. Das ist unsere letzte Chance, Gentleman. Das ist gar nicht Sparkly. Das ist nämlich, wie heißt der? Wir! Wir brauchen Feuer schon! Sie kommen über die Katze! Feuer! Feuer! Verkommen Sie! Deckung! Ohne! Was noch wie der weiß!!! Der! Nehmen! Nachschubbocken. Muss ich sagen. Machst du selbst nehmen! Boothwael is Mensch! Genau! Den mein ich! So... Was selbst wohl immer. Der Wille ist. Der Wille ist. Also welche? Da muss ich hin. Muss ich sie aufnehmen... Äh, bringt's nicht irgendwo hier rein grad? Oh. Unsichtbar. So, hier soll ich irgendwas nehmen. Was ist das hier? Was ist denn nix hier? Irgendwann komm ich ein Knach hier. Komm der hier. Oh. 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 Landungsschiff im Anflug. Feuer frei. Entdeckung. Los. Los. Wetter damit. Scheiße. Entdeckung. Wir müssen sterben. Wir haben da mit. Ja. Gut. Das sind viele. Okay. Wende,ゆel, wende, wende. Ah. Nie, nie. Hallo? Wider, wider, wider. Wider, wider. Wider, wider. Wider, wider, wider. Wider, wider. Ja. Wir können das wieder schießen 해� Oklahoma. So. Alter. So. Nun. Bin ich hier. Ja, bin schon klar. Das Unterstützung brauchst. Das nächste noch mal schicken. So, wo ist er immer? Hier. Da, 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 da. So, nun. Stoßen? Ja, schaut aus falsch. So stehen wir das mal mit, wa? Erteilt. So. Äh, ich komme schon. Hässt ich schon mal nicht. Das war alles schade. Warte aus der Luft durchhalten, Marine. Wir können es hier schaffen. Hurra. Man, ist heute echt in die Luftjagung das Ding da. Man, oh, seid uncool. Das ist nicht meine taktische Option. Granate werfen. Und stealth. Okay. Granate. Eins, zwei, drei. Granate. Eins, zwei, drei. Granate. Eins, zwei, drei. Granate. Eins, zwei, drei, Karte Eins, zwei, Karte Machst du jetzt alle, alle? Ja, ich schicke mir mal, es hilft Ist das irgendwas? Ja, weiter, 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 weiter Stealth Ich bin ein besonderer Mann Los, los, los Kannst du auch was? Ja, Tor Hier steht das neue auf Jo, das war diesmal klappt Ist das mal irgendwas interessantes? Was haben wir hier schönes? Ja, ok Wasser Unterbeschluss Männer, warum treib ich denn nicht? Find ich nicht cool Was? Wo? Sag mal Geht mal Was? Gott, niggau Direkt weg Aaaaaaah Ich schütze die Zivilisten, die in der Begrüßung Manch Shit, verdammt, ich noch einmal So, ja, was will ich, hier ist doch gar keiner mehr Ah, das ist denn hier lang Ich bin da, wer noch? Warst du schon mal, oder? Ja, so ähnlich, warst du schon mal Ja, ne? Der Bravo-Kondboi wartet auf uns Treff an der 42. Straße West Los, durch das Deconnetz Genau, da bin ich raus Nach dort Genau hier Ja Lustig Bist du das, der ist da so verreckt gerade? Ne, der hier, der geht's nicht so gut Ja, genau, hier war's Wahnsinn, Showgrade Nachschub aufnehmen und durchbrechen Es wird gefällig Hier entlang, los Der Konvoi ist bereit Gebiet sichern Wir müssen die Zivilisten rausbringen Was macht's denn das? Ich weiß nicht Hat's mich noch nicht so ganz entscheiden Glauben Ich finde ich nicht Los, vorwärts, Leute Los Achso, geht's los, oder was? Äh, warte mal, äh Ey, meine Deckung Mal, Hax Was? Hurra, was? Hallo Ich dürfte mich ja nicht verstecken Ah, könnte ich kommen Hä? Warte, eins Hallo Hä? Ich hab'n voll weggeworfen, den Typen Hallo Hi Hi Wah Ja Wo ist er denn? Auf Bummi Ja, ich. Junge, ich meine, ich bin in die Hälfte geplant. Oh, das ja. Die Dinger, das ist doch nicht gepasst. Das ist doch ein Witz. Jetzt riechst du das Bild rum. Die sind ja auch nicht mehr frei. Welche soll ich jetzt rein? Das hier. Jetzt geht es noch mal los, oder was? Scheint. Ah, ja, ich war. Na super. Das kenn ich von Teil 1 noch. Alle evakuiert und dann... Wir sind 3-6 rein. Echt? Wir sind für den Tunnel nach Osten. Und stoßen die dann zur Ecke kommen, die um das Gelände zu verteidigen. Echt evakuiert. Mich hat die Stimme gerade abgelenkt. Guck mich nicht so an. Guck mich so an. Guck mich. Guck mich. Guck dich. Guck mich, ich guck mich nicht. Guck mich, die Stimme. Guck mich, die Stimme. Ebenen gebracht. Und warum werde ich von Westerleer noch immer beschossen? Vor einer halben Stunde habe ich befolgt, die Schusslinie dieser Mörser zu blockieren. Echo 15, erledigen Sie das. Komm Gott. Komm Gott. Was? Die haben eine neue Musik gemacht. So. Zentralstation. 24 August 21 bis 2. Das ist Ihr Alpha 2 Leader. Evakuierungsphase 1 hat begonnen. Wann sind Sie hier? Hier ist Charlie Zett. Wir kommen von Westen. Nicht in meinem Schussfeld. Bei dir irgendwas? Verstanden, Charlie. Achtung, wir haben Feindaktivität auf der westlichen Seite. Verstanden. Okay, gehen wir! Gehen wir. Gebiet gesichert. Gehen Sie sich der Geländeverteidigung an der Central Station an. Gehen Sie zum Außenbereich des Bahnhofs. Achtung! Bewegung auf der Straße. Zwei! Vielleicht drei Mollusken-Infanterie-Einheiten. Ganz langsam, meine Herren. Tank wird aktiviert. Was? Was machst du? Deine Stöpsel falsch rum? Die tun weh. Alcatraz, machen Sie das Tor auf! Ich? Achso, ich. Du bist Alcatraz. Alcatraz. Wie? Welches Tor? Das da. Das hier. Keine Hektik, Jungs. Keine Hektik. Ich kann die Haare schön machen. Kleine Haare. Kleine Haare. So, kleine Haare. Ja, was denk ich schon grad machen, Junge? Oh, Haare schön. Ich kann mal lautlos machen. Wow, hier ballert man nicht sinnlos rum. Ich bin begeistert, Jungs. Oh, no. Was ist das? Hey! Hä? 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 Was ist das? Schöpft? Hier ist alles sicher. Ja, gern schön. Sie haben drei Tunnel nach Osten geöffnet. Wir bringen erst die Zivilisten raus. Den letzten Zug nehmen wir. Bis dahin müssen wir durchhalten. Was ist mit der Quarantäne? Wir überprüfen jeden, der in einen Zug steigt. Barclay sagt, er bringt uns durch. Ich meine, warum habt ihr grad hab ich geschossen? Ihr vollidioten. Hä? Hä? Ich bock mal das mal aus, bevor du dumme Scheiße mitmachst. Ähm. So. Arschkopf. Nicht rasch. Ach, ist das noch Action, oder was? Hm, hm, hm. Da läuft jetzt einer. Hey, Jungs. Zwei. Habt ihr irgendwas für mich? Hier so? Ne. Ihr seid echt uncool, Leute. Hört, ehrlich. Loser beschuldet! Los! 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 Ich bin da. Alcatraz, Staff Sergeant Rainer. Mann, wir könnten hier ihre Hilfe gebrauchen. Das Sprengteam hat das Onyx-Gebäude am Ende der Straße vorbereitet. Wir lassen es einstürzen, um das Mörserfeuer der Moluspen zu blockieren. Aber die Sicherheitsunterbrecher wurden ausgelöst. Jemand muss da rein und sie wieder einrichten. Die Seth rückten vor. Wir müssen das jetzt machen. Serteiligen in die Central Station. Boah. Okay. Nichts leichter als das, oder? Was ist noch ein bisschen los da unten? Hier ist es nicht. Das sieht aus, wenn der gerade den Geist aufgibt. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Aber das sind eh alle über uns, von daher So, wir sind im Inneren eines, keine Ahnung Was? Halt auch nicht, im Inneren Hm, Burger! Sieht aus wie ein schlechter Burger Ja, das ist auch so, ey Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nein, nein, nein! Wauw! Kommt hier nicht! Oh Gott Hä? Ja! Wieso denn? In der Furze, ja? Sieht ziemlich groß aus Ey, ne Fresse, ey Das meinte ich jetzt? Nein, lade nach jetzt, Mensch So war das Glück hier, das ist ja eine Klappe Äh Oh Mann 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 Mist, alles Stress machen, die Fischel hier Zum Beispiel hier Ah, nennschön Junge 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 Wir haben keine Munition mehr Na komm Uah 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 Was? Sag mal! Wie komm ich ja... Tja du kannst mich eh oder was? Dicke Missing? Spiel den Onsport! Bewegung, Mann! Schnell! So jetzt er! Arschloch! Gut, nur zu dir! Du Dicke, du bist unsichtbar! Warten! 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 Na, sag mal! Oh, das sind viele! Oh, das sind viele! Zurück gehen wir jetzt hier vor! Scheiße! Bumpe! Hast du da sieben Bumben genommen? Ne, wir gucken ja, scheiße! Die Munition wieder dran! Die Granate! 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 Das ist lang wie, äh, Platz! Hab sie! Alle! Vier sogar! Vier Stück bei uns, ja? Krass! Ja! Sehr schön! Puh! So, haben wir irgendwas an den Finger neues? Hier haben wir neue Finger! Ja, mein Stealth! Schneller wechseln im In- und Außen-Self-Modus! Vorregern hat Energieverlauf! Äh... Ich nehme das hier! Kann nicht einer anbleiben, wenn du das gerade machst? Oh Gott! Und gerade ein Finger tipp! Äh... Aktivieren! So! Mein Stealth verbraucht jetzt weniger Energie! Ruhe! Ne, mein Stealth! Meine Tarnung verbraucht jetzt weniger Energie! Wir haben Wasserfall! Hey! Tatsächlich! Der Hügel! Was? Ah! Den machen wir noch, und dann sind wir was für's! Die sind so gefährlich für heute, würde ich sagen! Hm-hm-hm! Bist du schon nen Namen, oder was? No! Hm? No! Möchel will ich jetzt wissen! Ah! Zaufe wird aktiviert! Ob sie irgendwann später reden können? Ich bin sehr fest! Hm? Weil die haben am Anfang keine Geräusche gemacht! Tarnfeld aktiviert! Und jetzt machen sie schon langsam so... Bläh, bläh, bläh! Und manchmal klingt's so, als wenn die wirklich irgendwelche Wörter bläcken! Tarnfeld! Tarnfeld! Jürgen! Tarnfeld! 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 Nimm mal auf, nehm... Uaah Was sind denn noch hier? Sag mal, nimm mal in mit euch hier? Der wärst ja wohl kleiner Kommste her? Ist der dicker? Nee, ist der kleiner Nichts nütz Alles komm rein Komm rein in die gute Schuhe Kommste her? So, gleich wie auf immer Wunderbar Oh, genau jetzt wieder nach, ey Komm her Der lebt in den besten, geilsten, uncoolsten Momenten nach Muss er Besten, geilsten, uncoolsten Waaah Nein, 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 ich bin tot Nein, echt? Ja Du bist aber lange nicht mehr gestorben, ha? Ja Wir gehen jetzt gleich, hau rein, hau rein Hau rein Das Schlangen Ist das noch ne Statue? Ja, wo bin ich denn jetzt? Hä? Du bist bestimmt ganz weit zurückgefallen Keine Ahnung, wo ich bin Hast du hier nicht vorhin zu den einen da, Mox? Die mehreren, ja Drei Drei Ach, ich will die umgehen Scheiße Geh du das noch mal? Nee, zwar so viel da Oh, scheiße Was ist denn deine Mission? Wusstest du denn die umweilen? Ja, das Hotel rein und das Hotel zum Kippen bringen Ach, krass Ich soll das Hotel wegsprengen Komm, nächster Ja Ruhe jetzt Geh jetzt rein So, was ist das hier? Oh, rein da jetzt Ja, du kannst mich sehen, ist klar Junge Ganz ehrlich Ganz ehrlich So Hä? Kommst du hier her? Das ist unnötig Hier, Ruhe Was hast du da gerade aktiviert? Ähm, das Tor Das Tor, das Tor hier aufgeht Hä? Was ist das hier? So, jetzt aber Boah Ui Bewegung, Mann! Schnell! So, sein Bis zur nächsten Folge Tschüss!